Feierliche Atmosphäre, alles ist angerichtet für die Verleihung des Ludwig 2016. Damit wird der beste Mittelständler der Region Bonn-Rhein-Sieg geehrt. Jetzt warten alle auf den großen Moment. Und einer, der ist sichtlich bewegt. Franz Josef Gilgen ahnt wohl, dass sein langjähriges Schaffen und sein Engagement für die Region in wenigen Augenblicken eine ganz besondere Würdigung erhalten. Denn der Gewinner des Ludwig 2016 ist Gilgens Bäckerei und Konditorei, geführt von Franz Josef und Manuela Gilgen. Also wir sind total überrascht. Wir hätten überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir heute den Preis bekommen, auch noch den Gesamtpreis. Das ist ganz, ganz großartig. Tolles Gefühl. Das Familienunternehmen Gilgens Bäckerei bildet über 70 junge Menschen in sechs verschiedenen Berufen aus und zählt knapp 470 Arbeitsplätze. Vom Brot bis zur Praline, vom Brötchen bis zur Torte. 1880 gegründet, heute mit über 40 Filialen in der Region vertreten. Das ist ganz klar ein würdiger Sieger. Die Bäckerei Gilgen ist eine der besten Bäckereien, die wir hier haben. Sehr innovativ, macht wunderbare Produkte. Und offensichtlich kann sie sich ja auch gut präsentieren, denn sonst hätte sie die Jury nicht einstimmig überzeugt. Eine unabhängige lokale Jury bewertete nach verschiedenen Kriterien, in denen zusätzlich zum Gesamtpreis jeweils Besten ausgezeichnet werden. Im Bereich Wachstum die Bechtle GmbH, für gesellschaftliche Relevanz, das Hotel Collegium Leoninum Nova Vita Residenz Bonn, für besondere unternehmerische Leistungen die ACT IT Consulting, sowie Faust 3, das Unternehmenstheater, in der Rubrik Innovation. Der Wettbewerb war eng, die Unternehmen sind alle gut aufgestellt, die mitgemacht haben, aber Gildens war für alle ziemlich schnell klar der Gesamtsieger. Die Feierlichkeiten werden von einem ansprechenden Programm begleitet. Ausrichter sind die IHK Bonn-Rhein-Sieg und die regionale Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung, SC Lötters aus Bonn. Beide wollen mit dem Ludwig die Bedeutung des Mittelstandes in der Region unterstreichen, denn viele Unternehmen verkaufen sich unter Wert. Mit dem Preis sollen die hervorragenden Leistungen stärker in die Öffentlichkeit getragen werden. Sie werden es sehen bei dem Gewinner, die Bäckerei Gilden, die werden das ordentlich vermarkten. Und das ist ja auch ein gutes Instrument, mit dem man sein Unternehmen präsentieren kann. Und auch das ist der Ludwig. Miteinander ins Gespräch kommen, Netzwerken, neue Kontakte knüpfen. Und natürlich das erreichte Feiern. Wir werden das ganz groß feiern. Wir haben aber noch kein Konzept dafür, aber es wird was Großes geben. Na, da können die beiden sich ja zu Recht freuen und schon mal mit der Planung beginnen.